Ja, das ist dann leider mein, wie heißt es, mein Feuersitz, der dann da durchkommt und geht noch schneller. Schön atmen. Kannst du auch problemlos einhändig reiten. Ja, frei. Schön. Schulter herein kann sie gut im Tölt, aber Travers noch nicht so besonders. Ja, das ist aber auch schwer, weil wir dann völlig verlangt. Klar. Ja, kann es aber gut. Ja, das ist gut. Ja, das kommt noch ein bisschen raus. Ja, das ist gut. 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 Ja, das ist gut.